Jetzt wenn du wieder zu Hause bist, bitte streamen ohne Greenscreen. Das sieht so viel besser aus, wenn du es sagst. Keine Ahnung. Ich finde es fein mit dem Greenscreen. Weil dann musst du mir keine Sorgen um die Ränder machen. Okay, jetzt muss ich selbst komplett cheesy spielen. Ich habe eine Idee. Ich weiß, was ich mache. Wen habe ich noch mal in der Mitte? Okay, jetzt passt auf, Leute. Care for Twitch Level 2 mit Slash Bot. Jetzt bringe ich euch, jetzt zeige ich euch mal, was Papazilvie von Slash Spielern gelernt hat. Wurde schon mal einen Account von dir gebannt. Ja, mein allererster Account hat einen Permabahn bekommen. Ich habe in Season 2 sehr viel Edo-Boosting und Dinges gemacht. Ne, nur Edo-Boosting. Ich habe in Season 2 so viel ge-edo-boostet. Ich habe sogar damals, ja, Edo-Boost über meine Silvia TV Fanpage angeboten. Damals war erst ein Edo-Boosting noch nicht so eine große Sache. Und, Leute, wenn ihr, was weiß ich, 17, 18 Jahre alt seid, also generell, ne, jeder High-Edo-Spieler hat mal ge-edo-boostet. 90% aller Spieler, ich würde sogar 95% sagen, ja, haben ge-edo-boostet. Und wenn ihr, was weiß ich, ähm, warte mal, I take Fear on Plant. Wenn ihr 17, 18 Jahre alt seid und mit einem Spinner euch sagt, ey, ich spiele League of Legends für mich, ja, und ich gebe dir 200 Euro dafür. Wenn ich einfach jemand von Silber auf Gold ziehe, dann sagt er nicht nein zu. Wofür waren ich die überhaupt, wenn die trotzdem sterben? Danke an wer auch immer hier gerade, ich glaube. Ah, danke an wer auch immer hier gerade, äh, subscribed hat. Ne, warte, den Gromp lasse ich stehen, den lasse ich stehen. Weil den mag es Twitch eigentlich nicht zu klären. Ey, jetzt sagt nicht. Danke an wer auch immer den hier jetzt ge-triggered hat. Dummer Wichser. Hier, die, die, die hat mich hier gesehen. Das heißt, die Pflanze kann ich hier plocken ohne Probleme. Genau, das ist jetzt am Bestand. Oh, das wird jetzt ein lustiges Game. Na was? Warum? Ich werde auch, ich werde auf der Top den Recon. Nach hinten an der Wand. Ja, sie ist tot. Gute Idee. Ich werde, ich werde halt Powerfarmer auf meinen Level 6. Der hat die Pflanze ausgelöst. Ich komme daran leider nicht wirklich vorbei gerade. Weil ich, weil ich habe halt nicht die besten Lanes, die ich ganken kann. Ich glaube, ich habe gerade sogar zwei Autotecks gecancelt. Ne, ich habe einen gecancelt, oder? Ich habe auch Angst, in seinen Jungle ranzugehen, weil meine Lanes werden halt eingepusht. Hätte ich die, die, die besseren Lanes, wäre ich so oft im Twitch-Jungel gewesen. Und jetzt, ich habe auch Angst, dass ich die Bedeutung nicht so oft im Twitch-Jungel gewesen bin. Bruder, MashaAllah Habibi Die Twitch ist ja Ich will noch eine Pinkwater, die kann ich clean David Middegin, David Middegin We just saw him on board Wie, wie können die Leute sterben? He is on board Okay, das war interessant Natürlich hat er Das gefällt mir gar nicht Ich bin tot, oder? Oh mein Gott, ich hätte weh Ich hätte weh nutzen sollen Ich wäre rausgekommen Oh mein Gott, das war so bad von mir Jetzt ist Ari hier? Whatever Und das hier Und das hier Oder nehme ich Blue Smite? Ne, das ist meines Firm Ich brauche doch heute für die Damage Reduction Gott, äh, ich hab meine Maus nicht gesehen Deswegen wusste ich grad auch gar nicht, was ich angeklickt hab Die ist halt bei mir Ich weiß nicht, ob sie bei euch auch so ist Bei mir ist sie hier ultra, ultra klein Hey, hey, hey Kommt mich an Ich mach, ich mach ein Smiley Face Das macht alles, was ich gesagt Das macht mein Int noch viel lustiger Comedy Twitch ist hocken Scheiße, wisst ihr nicht, dass ich hier bin? Jetzt wird der Blut abgegeben. Der ist richtig oben. Ja, sie geht schon vor. Okay, die Ulti war vielleicht ein bisschen too much. Ich will den Tau haben. Oh, das ist die echte. Okay. Ich mach nochmal Crux. Dann move ich Dingens. Geh in die Base. Okay, wir haben Topment House fast down. Ich könnte da eventuell den Return Gank machen. Wisst ihr was, Leute? Ich baue einmal etwas anders als sonst. Ich muss hier... Ich brauche hier die ganze Zeit meine Ulti. Wir machen hier nur Kills, wenn ich was mache. Das liegt am Setup an dem PC. Das ist ja nicht seiner. Jaja, das ist nicht mein Setup. Ich habe das Gefühl, ich brauche hier einfach nur die ganze Zeit Ultis, dass ich hier irgendwas machen kann. Okay. Ja. Okay. Das hier? Later Bitch. War hier nur Bord drinne? Na. Bleib trotzdem mal auf Bordzeit. Just in case, man weiß nie. Twitch mit... Die ist noch Bord drinne? Ah, die hintet auch so rein. Die Idee von Early-Makury-Boots scheint wohl nicht so zu liegen. So, nicht wundern. Ich hab erst jetzt 45% Kohle-Induction. Ohne Blue-Buff hab ich halt Dingens. Ich hab erst so gesehen 55%, aber ohne Blue-Buff hab ich 45%. Der Taus-Ripper kann ja nix machen. Insane-Player. Leute, ob ihr's wisst oder nicht? Early-Mak-Boots sind verdammt stark. Der Taus-Ripper! Als Nix von Vlade ist tief. Der Taus-Ripper kann ja nix machen. Die Idee von Vlade ist tief. Einήσigű, ein différenteses Werns aus. Wie Dich! Fotze! Twitch ist auch mit, wir können die Tauern machen. Wieso? Why don't you just back off? Jetzt muss ich dafür sterben. Jetzt muss ich nachdenken. Whatever, ich baue Ghostblade. Jetzt machen die unten auch noch einen Double-Kill. I don't know, Leute. Bei sowas bin ich so salzig, man. Geh raus! Geh raus! Geh raus! Du hast nicht mein Damage! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Leute. Geh raus! Mach den Tower! Mach den Tower! Mach den scheiß Tower! Geh raus! 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 Das ist mit Abstand das schlechteste Bild, was ich hier geben muss. Theoretisch hätte ich hier Mercury Boots geholt. Die sind hier unglaublich stark. Ja, mach doch! So, seid ihr alle behindert? Holy shit, ich hab grad so viel Leben verloren. Die Caitlyn ist da alleine. Ah, ne, ne, die ist nicht alleine. Der Braum ist faker. Twitch ist da und sind alle tot jetzt. Oh, oh! Der Red spawnt auch gleich. Ey, ne, oder? Kommt ihr denn? Team, 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 Team. Greicht doch den Torn! Greicht doch den scheiß Torn! Danke, Boots. Danke, Boots. Du dreckige Missgeburt. Okay, die haben grad ne Menge rausgehauen. Ähm. Blond, no F. Ari, no R. Ja, ich glaub das war's. Ich hab meine, ich hab am Watcher nicht drauf bekommen. Ich hab eine Kuh verkackt. Weil er halt inbiss gegangen ist. Ari, no R. Warum contesten wir den nicht? Die haben kein... Die haben nicht mal nen Jungler. Ah, whatever. What fucking ever. Und ich muss auch... Digga! Du spielst gegen LeBlanc? Da hast du nicht... Oh. Ist das... What? Was sind das hier für Animals? Boah, wie überlebt er das? 0-6 Midlane. Zucker. Geh da weg, geh da weg. Die sind alle miss. Ja, niemals wir als zweitens maxen sollen. Spätestens dann, nachdem ich mich fürs Ghostbill entschieden hab. Ich kann die Pen nicht auf dem W verwerten. Oh Gott, Mann. Hör auf zu schreien. Das ist... Guck mal. Geh da weg, geht da weg. Ihr seid da nur zu zweit. Während ihr nur zwei seht. Und zwei miss sind. Oh, nein. Wie kann es passieren, dass ich von der Seite engaged werde und sterbe? Wie, 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 wie geht sowas, Leute? Wie, wie geht sowas? Geht weg, Leute. Ich hab kein Ulti. Wolf. Nice. Wolf. Ja, ich hab kein Leben. Muss ich auch noch so ein Ultra-Homo-Full-Lefality-Bild gehen? Ich werde auch nochmal meine Kulon-Action-Boot später verkaufen. Leute, ich reporte die Ori nicht. Das mach ich nicht. Erstens würde dieser Report eh nichts ändern. Zweitens, schlechtes Game können wir alle haben. So. Was mich eher aufregt, ist seine fucking Attitüde. Wieso, äh, ich, ich brauch den Rumble hier. Like, legit ohne den Rumble hier geht, geht gar nichts. Shit, hab ich die go-on-shotted? Ich hab' die go-on-shotted. Oh, sagt mir bitte, dass die getiltet ist. Leute, ich glaub, das verdient ein richtiges Hub-Q gerade. Viel für die Leblanc. Rumbler? Boah, die sehen mich hier. Egal, mit der Ult kann ich trotzdem sauen. Äh, nope. Leute, ich hab's noch gebotert bekommen. Die Leblanc ist legit getiltet. Ahhhh. Der hat mal One-Shot-Sie getiltet. I like it. Swiggety, swaggety, swoody, Leute. I came here for the booty. Ah, ich fang noch einmal Botzer Jungle. Ich glaub, ich hol mir jetzt nicht das Edge. Sondern ich hol mir Infinity Edge. Ah, warte, ich fang ein Ding zusammen. Okay, wetten Sie mit noch eine weitere Wave rauspushen? Wird sie nicht? Wird sie nicht. So kommen wir, Schlampe. Ich habe so ein einstecktes Gefühl wegen dem Game, Leute. Oder auch was? Nein, doch nicht. Lol. Lol, lol, jetzt habe ich die Gate einfach schlecht gebandet. Schlampe. Schlampe. Fe Iímt! Oh, sexy, sexy. Schade, mein One-Shot war nicht clean. Also, es war ja kein One-Shot, ne? Und keiner denkt, er muss vor mir stehen. Leute, gebt ihr nicht den... Ende den Lash, Ende den Lash! Oh mein Gott! Oh mein Gott! First, stay in front of me! To block... Was sind denn das für Animals? Oh mein Gott, äh... Wisst ihr, ich hab nen Brau... Äh, was sag ich da? Ich hab nen fucking Blitzcrank, ja? Der ein Tank ist! Ne, warum... Warum sollte ich ja versuchen, Sachen zu blocken? René? Blockt man Skillshots als Tank? Ne, oder? Oh nein! Wir enden lieber nochmal und sterben! Die werden Nash gehen! Es wird, verpiss dich! They will go Nash! Ey, farm doch nicht! Okay, sie machen die nicht. Okay, die kacken sich an. Die kacken sich an. Alles ist fein. Oh mein Gott. Ich bin... Oh leil. Ich hab den Charm abbekommen. Ich bin in den Charm geflasht. Ari, Twitch, Noir. Nice. Ezreal macht Raptors. Weil... Raptors, ne? Gute Junge, gute Junge. Diese Raptors, die haben wir gebraucht. Wir hätten dieses ganze Game am Nash enden können. Wir hätten dieses ganze Scheiß-Game am Nash enden können, hätten die das mal richtig gespielt. Oh mein Gott. Na, ich kauf keine mehr, ich brauch noch die Kulon-Lection. Oh nein, ich muss reingehen und den Braum umbringen. Oh nein. Ringer, der tankt Nash plus die gegnerischen Damage-Scheiße-Dingens da. Jetzt sind sie da. Ich brauch Vision. Ihr dummen Wichser, ey. Ihr dummen Wichser, komm her! Komm her! Weißt du nicht, wer ich bin? Ey, wehe, ihr verreckt jetzt. Ich schwör auf meinen Nacken, ne? Wehe, ihr verreckt jetzt. Du, good job, Ringo. Good job, nachdem ich 4-11 stehe. Good job. Er macht ihn, ne? Er macht ihn, ne? Er macht ihn, ne? Take fucking in him. Okay, nice. Good job, boys. Good job, boys. Twitch hat Krimi-Klapper hin. Krimi-Klapper hin. Komm, Leute. Komm. Das hat mein Team verdient. Das hat mein Team natürlich verdient. Kannst du, um, wenn du, um, was es ist. Wenn du, um, putz, um. Dann geht's. Und dann geht's. Ich mach dich. Ich mach mich, was es. Pusht, sie war da, du Fotze, du bist tot. Ah, ne, warte mal. Sie weiß, dass ich den Weg genommen hab. Wegen der Ward hier. Wegen meinem Item. Ich hab nie Ward disabled damit. Okay, ich sollte Topman gehen, ich sollte gar nicht hier sein. Kehr, kehr, kehr. Ist... What? Sie ton, du siehst ton. Habt Q, Leute. Muss nie Habt Qs. Ey, warte, die kommen alle, die kommen alle. Oh mein, oh mein, oh mein, oh mein, oh mein, oh. Haltet Essay am Leben, haltet Essay am Leben. Ja, hm. I don't know. Not like this, boys. Ich fick euch alle, Mann, Leute. Ich fick euch alle. Okay, ich kann hier carries one schon mal. Wie geht, Leute? Ich hab mich selbst noch niemals in einem Ranked Game mit dem Bild gesehen, ne? Ohne Blackiever zu spielen ist Haram. Oh mein Gott. Oh, Leute, ich bin rausgetapft. Sorry. Wo ist mein Ding? Jetzt da bin ich. Ich hol mir nochmal einen Pot. Oh mein Gott. Welter. Wir wollen spawnen. Wir sollten nicht den Drachen nehmen. When we take it. Mach doch nicht den Drecksdrachen! Ah, whatever. Das ist so bad für uns. Das ist legit so bad für uns. Nie, ist noch what? Weil wir können keine Sachen contesten. Ich weiß nicht. Ich darf meinen Approach nicht von der Lane aus machen. Ich muss hier von der Seite kommen. Da sind auch Traps, ey. Holy shit. Leute, da kann ich rausgehen. Ich hab die Seite geblockt. Lol. Wait, what? Wait, what? Ich bin auch so lange im Seas. Auf wen soll ich diven? I don't know. Das Game ist aber noch nicht over. Oh, das ist... When you recallen. Die können keinen Nash machen. Nee, kann sie nicht. Die kriegen wahrscheinlich ein paar Towerflakes mit in der NAP. Bei mit in der NAP ist die schlimm. Ich werde am Ende auch ohne Boots spielen. Ich hol mir jetzt einen Edge und tausche dann nochmal meine Boots nochmal aus. Na, ist tot. Oh, okay, ist er nicht. Ja, wenn der Blitz den Ding jetzt hockt... Oh, shit. Knie nischen, knie nischen, knie nischen. Mach den, mach den, mach den, mach den, mach den, mach den. Damit brauchen wir ja das explodieren. Digga, dieses Spiel zu verdienen, das hat mich nicht verdient. Das hat mich legit nicht verdient. Wir müssen auf Essel warten. Ah, mein Edge bricht nicht fertig. Ich hol mir nochmal einen Pott. Ja, die anderen. Scheiß auf die anderen. Ich will meine LP haben. Warte mal, wieso hat er Grasp? Auf Blitzcrank? Okay. Wait for Es. Jetzt wird der Elda auch nochmal gleich kommen. Ja, komm, wir lassen uns erstmal alle wegchanken und sterben fast alle. Jetzt muss ich Ulti ja machen. Die Animals. Die Ulti habe ich angemacht, damit die sich halt einkacken, ne? Ich bin Justus ohne Ulti. Geht raus hier, geht raus hier, geht raus, Digga, geht raus hier. Warte mal, Mann. Der Pott, den brauche ich jetzt. Okay, ich mache die Krabbe schon mal. Das ist jetzt ein Yolo-Move von mir, Leute. Ich meine, vom Rumble. Ich meine, weil, natürlich vom Rumble, ne? Von wem denn auch sonst? Oh. Scheiße. Wird mein Flash. Oh, ich hätte sie da vielleicht noch bekommen. Wir sollten gar nicht hier sein, ne? Leute, wir haben gewonnen. Ihr dreckigen Wichser. Ich habe gewonnen. Du dummes Stück Scheiße. Hier, Level 7, Ringo. Oh. Subscribers. Ich möchte ein Hub Champ sehen. Ein Hub Q. Beides zusammen. Ihr dreckigen Wichser. Ihr kleinen dreckigen Wichser. Das ist das schlimmste Bild, was ich jemals gehen musste. Es war das schlimmste Game, was ich... Oh. Oh. Komm. Gut. Scheiße. adorable. Bis zum nächsten Mal.